Schreiben Schreibaufgabe Blatt 1 Situation Sie bekommen von Ihrem Freund Michael folgende E-Mail Liebe Johanna, wie geht es dir? Stell dir vor, ich fahre nächste Woche nach Österreich. Dort werde ich Wien, Salzburg und Innsbruck besuchen. Ich freue mich sehr darauf. Hast du schon einmal eine Reise gemacht? Wohin bist du gefahren? Was gibt es bei dir Neues? Wir haben uns so lange nicht mehr gesehen. Nach meiner Reise müssen wir uns unbedingt treffen. Dann zeige ich dir auch meine Fotos. Wann hast du Zeit? Bis bald und liebe Grüße, Michael. Schreiben Sie eine E-Mail an Michael, Blatt 2. Beachten Sie folgende Punkte. Schreiben Sie ca. 50 Wörter. Beantworten Sie alle Fragen. Schreiben Sie einen Gruß am Ende. Schreiben, Schreibaufgabe, Blatt 2. Schreiben Sie das E-Mail weiter und beantworten Sie die Fragen am Rand. Lieber Michael, danke für deine E-Mail. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Zu deinen Fragen. Wie geht es dir? Hast du schon einmal eine Reise gemacht? Wohin bist du gefahren? Was gibt es bei dir Neues? Wann hast du Zeit? Lieber Michael, schön von dir zu hören. Mir geht es gut. Ja, ich war einmal in der Schweiz in Bern. Das war wirklich sehr schön dort. Es ist vieles passiert hier. Zum Glück größtenteils Positives. Am besten erzähle ich dir das, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ich freue mich darauf. Viele Grüße, Johanna. Schreiben. Sven, ein deutscher Freund, lebt und studiert dieses Semester in Monterrey. Am Wochenende möchte er etwas mit Ihnen unternehmen. Er schreibt Ihnen eine E-Mail. Hallo Andrea, wie geht es dir? Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Hast du am Wochenende Zeit? Wir könnten etwas zusammen unternehmen. Ich hätte Lust, eine Fahrradtour zu machen. Weißt du, ob es am Wochenende sehr heiß wird? Oder hast du einen anderen Vorschlag? Bis bald und liebe Grüße, Sven. Antworten Sie und schreiben Sie eine E-Mail an Sven. Beachten Sie folgende Punkte. Beantworten Sie alle Fragen. Sie möchten keine Fahrradtour machen? Schlagen Sie Sven eine andere Aktivität vor. Vergessen Sie Anrede und Gruß nicht. Hallo Sven. Mir geht's gut. Und dir? Ich habe am Wochenende noch nichts vor. Hättest du Lust, zu mir zu kommen? Ich will dir aber sagen, dass ich keine Lust auf eine Fahrradtour habe. Ich würde lieber an den See fahren und vielleicht ein bisschen schwimmen. Ich glaube, am Wochenende wird es nämlich sehr heiß. Hättest du Lust? Liebe Grüße, Andrea.